Das Geheimnis jugendlich glatter Haut und fester Gesichtskonturen, ganz ohne Botox und Skalpell. Wie auch Sie in nur wenigen Wochen um bis zu 10 Jahre jünger aussehen können und von Ihren Altersgenossen darum beneidet werden. Schön, dass Sie dieses Video gefunden haben. Sie sehen dieses Video, weil auch Sie gerne wissen möchten, wie Sie deutlich jünger aussehen können oder weil Sie auf der Suche nach Tipps für ein jugendlicheres Aussehen waren. In diesem Video werden Sie eine in Deutschland noch wenig bekannte Behandlungsmethode aus den USA kennenlernen, mit der auch Sie innerhalb weniger Wochen bis zu 10 Jahre jünger aussehen können und das langfristig beibehalten können. Sind Sie jedes Mal frustriert, wenn Sie morgens in den Spiegel blicken und schon wieder neue Falten an sich entdecken? Geben Sie ein Vermögen für Cremes, Salben, Make-up etc. aus, ohne wirkliche Erfolge zu sehen? Haben Sie vor operativen Eingriffen und unter Spritzung zurückgeschreckt? Oder schlimmer noch, die Erfahrung gemacht, dass das Ergebnis nach nur wenigen Monaten schlechter war, als der Zustand vor dem Eingriff? Möchten Sie eine Methode kennenlernen, mit der auch Sie in nur wenigen Wochen 10 Jahre jünger aussehen können? Eine Methode, die schonend, natürlich und daher ungefährlich ist? Die ohne komplizierte OPs funktioniert? Die ohne das Nervengift Botulinumtoxin funktioniert? Und dazu noch kostengünstig und dauerhaft ist? Mein Name ist Heidemarie Jedner und meine Kunden sagen, ich selbst sei das beste Aushängeschild für die Methode zur dauerhaften, schonenden und natürlichen Faltenreduzierung, die ich Ihnen gleich vorstellen möchte. Was Sie hier sehen, ist ein unbearbeitetes Foto von mir aus dem Jahr 2013. Ich bin auf diesem Foto 58 Jahre alt. Verblüffend, nicht wahr? Lassen Sie mich Ihnen diese Methode kurz erklären. Mit zunehmendem Alter nimmt die Regenerationsfähigkeit des Gewebes ab und die Gesichts- und Halsmuskulatur verlieren Feuchtigkeit und Spannkraft. Mit Hilfe des patentierten Verfahrens der Firma Biotherapeutic Inc. aus den USA stimuliert der BioUltimate Muskeln und Haut mit feinen elektrischen, den körpereigenen ähnlichen Impulsen, die mit zunehmendem Alter schwächer werden. Muskeln und Haut werden in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Dadurch werden sie straffer und revitalisiert. Diese Fähigkeit zur natürlichen Straffung der Muskulatur ohne invasive Eingriffe besitzt derzeit nur BioUltimate. Deshalb ist diese innovative Methode momentan mit keiner anderen Gesichtsbehandlung vergleichbar. Alle Produkte sind frei von hautbelastenden Inhaltsstoffen und daher auch für Allergiker geeignet. Unterstützt wird die Behandlung durch hochwirksame, hautstraffende Wirkstoffe wie ionisierte Feuchtigkeitsmoleküle, hochkonzentriertes Hyaluron, sowie Vitamine, Nährstoffe und Kollagen. Diese BioUltimate Facelifting-Methode ist in Frankfurt einzigartig und nur bei mir erhältlich. Deutschlandweit gibt es nur fünf Vertragspartner. Seit 13 Jahren wende ich BioUltimate Mesolifting erfolgreich bei meinen Kunden an. Da ich als Einzelunternehmerin mein Geld nicht für teure Zeitungswerbung ausgeben will, sondern lieber meinen neuen Kunden Geschenke mache, will ich Ihnen heute ein besonderes Angebot unterbreiten. Eine vergleichbare Behandlung mit Botox und Hyaluron würde sie bei einem Chirurgen oder Hautarzt weit mehr als 3500 Euro kosten. Normalerweise berechne ich für eine Behandlung mindestens 90 Euro. Für fünf Behandlungen wären das also 450 Euro. Wenn Sie schnell reagieren, erhalten Sie für kurze Zeit fünf Behandlungen zum Preis von 397 Euro. Sie erreichen mich montags bis freitags in der Zeit von 7.30 bis 20.00 Uhr unter der Telefonnummer 069 69 53 47 31. Sie können mich aber auch über meine Webseite www.hautnah-biolift.de erreichen oder mir eine E-Mail schreiben unter kontakt-at-hautnah-biolift.de Rufen Sie also jetzt an oder klicken Sie auf den Link unterhalb des Videos und schicken Sie mir eine E-Mail. Ich freue mich darauf, Ihnen zu einem jugendlicheren Aussehen zu verhelfen und Ihre Attraktivität wieder deutlich zu steigern. Ihre Heidemarie Jedner Ich freue mich auf den Link unterhalb des Videos